Das Land Tirol gehört angesichts des Auftretens neuer lokaler Corona-Varianten für einen Monat isoliert. Diese Meinung vertritt die Virologin Dorothee van Leer von der MedUni Innsbruck. Gleichzeitig übt die Beraterin der Bundesregierung scharfe Kritik am Land Tirol im Umgang mit den Corona-Mutanten und warnt vor einem zweiten Ischgl. Laut der Tageszeitung Presse prüft das Gesundheitsministerium bereits Reisebeschränkungen. Tirol gilt inzwischen als europäischer Hotspot der südafrikanischen Mutante des Coronavirus. Diese ist nicht nur ansteckender, sondern könnte auch zu Reinfektionen führen, beziehungsweise könnte die Impfung nicht so gut gegen sie wirken. Dazu kommen weitere beunruhigende Neuigkeiten. Laut von Leer sind zumindest zwei bis drei eigenständige Tiroler Mutationen der südafrikanischen Variante aufgetreten. Welche Eigenschaften diese haben, weiß man aber noch nicht. Auch im Gesundheitsministerium ist man besorgt und schließt Reisebeschränkungen nicht aus. Derzeit werden die Verdachtsproben aus Tirol ausgewertet. Sobald diese Ergebnisse vorliegen, werden wir mit dem Land Tirol auf Basis dieser Ergebnisse sofort das Gespräch über weitere notwendige Maßnahmen zur Eingrenzung führen. Eine möglichst breite Testung in der betroffenen Region ist der erste Schritt dazu, heißt es auf Nachfrage. Binnen 48 Stunden werde man mehr wissen. Geht es nach ihr, müssten drastische Maßnahmen ergriffen werden, über die von der Taskforce beraten werden müsste. Aber ich bin der Meinung, man müsste Tirol für einen Monat isolieren, vom Rest von Österreich und dem Ausland. In Tirol hat am Mittwoch die Ausbreitung der südafrikanischen Variante des Coronavirus die Behörden intensiv beschäftigt. Laut Landeshauptmann Günther Platter von der ÖVP konnte man bisher aber keine exponentielle Ausbreitung der Mutationen feststellen. Die Corona-Zahlen seien außerdem konstant. Bei 75 PCR-Proben wurde die südafrikanische Variante nachgewiesen. In 21 Fällen dagegen die britische, heißt es seitens des Landes. Reagieren will das Land jetzt auf diese Entwicklung mit einer Intensivierung der Corona-Tests und der Kontaktnachverfolgung. Zudem setzt man auf eine eigene Analyse Laborinfrastruktur. Für Platter steht jedenfalls fest, dass die aktuelle Situation ernst ist und volle Aufmerksamkeit erfordere. Von jenen Personen, die mit der südafrikanischen Variante infiziert waren, galten noch fünf Personen als aktiv positiv. Im Falle der britischen Variante war es nur mehr eine Person. Das Land will jetzt die Testkapazitäten in den nächsten Tagen auf 50.000 Testungen pro Tag erhöhen. Wir bitten alle Tirolerinnen und Tiroler, dieses Angebot zum eigenen Schutz und Schutz anderer anzunehmen und damit die Ausbreitung des Coronavirus in Tirol einzudämmen, sagt Elmar Rizzoli, Leiter des Corona-Einsatzstabes. Dies betreffe besonders die Bevölkerung im Tiroler Unterland, wo die Mutationen aufgetaucht sind. Beim Contact-Tracing sollen außerdem mehr Mitarbeiter eingesetzt werden. Zudem sollen die Hygiene- und Sicherheitskonzepte in den Alten- und Pflegeheimen geprüft und allenfalls nachgeschärft werden.